Also, Heinz, ich weiß beim besten Wille nicht, was du vorhast. Er kam... Jo. ...sah... Ah. ...und segte. All das ist auch schön, jo. Tag, Herr Doktor. Tag, Herr Doktor. Der Heinz-Bäcker-Film. Hä? Das war doch vorhin noch nicht. Das sind wir zu Hause. Weil die im Keller sind. Das ist deren Zuhause. Die gehen aus purer Langeweile mit dem Presslufthammer in den Keller und sägen an meine Nerven. Wenn du das nächste Mal kommst, bringst du dann noch den Schaum mit. Heinz? Das ist doch unerhört. Du, Heinz, wäre dann auf der Terrasse in Schatte statt die ne matte Platte. Mit besser die glatte Platte. Wie, im Schatte, glatte und ansonsten matte? Wie, es regnet doch nicht, oder? Ja. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Nein, Bernhard. Das ist einzig und alleine deren Heinz. Tag, Herr Doktor. Der Heinz-Bäcker-Film. Ach, das kann man sich so richtig vorstellen. Also, ich will das. Ja, du bist mehr, du bist nicht geni. Mach mich mal kurz. Dann noch mal kurz, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, was ich noch mal kurz bitte. Was kommt denn, wenn nicht so? Vielen Dank.